Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe heute die große Freude, eine Idee von mir vorzustellen, die ich schon seit längerer Zeit verfolge, für die aber jetzt die Zeit gekommen ist, um sie konkret umzusetzen, nämlich das sogenannte Hybrid Lab. Ausgangspunkt der Überlegungen sind folgende Dinge, nämlich erstens, wir haben in Dresden zwei sehr starke PartnerInnen. Einmal die Technische Universität Dresden auf der einen Seite und zum anderen die Sächsische Staats-, Landes- und Universitätsbibliothek auf der anderen Seite. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen Experimentierraum einrichten als dritten Ort, an dem verschiedene hybride Lehr- und Lern- und Veranstaltungssettings erstens getestet werden können und zweitens Veranstaltungen auch sehr konkret durchgeführt werden können. Wenn wir also so etwas haben wie einen Ermöglichungsraum, der es uns erlaubt, mit den technischen Möglichkeiten und didaktischen Möglichkeiten, die wir haben, entsprechend zu experimentieren. Was soll das Hybrid Lab sein und welche Entwicklungen nutzt es aus? Erstens, es scheint mir angezeigt zu sein, dass an großen Universitäten, an großen Hochschulen es nicht möglich ist, alle Lehr- und Veranstaltungsräume technisch immer auf dem aktuellsten und neuesten Stand zu halten, sondern es wird so etwas geben wie eine adäquate Grundausstattung, die dann möglicherweise an der einen oder anderen Stelle modernisiert wird. Allerdings ist diese technische Basis und das dann hinzutretende Additum immer aufeinander abzustimmen. Und um das jeweils beste Additum zu finden, muss man unterschiedliche Settings testen und dafür braucht man adäquate physische Orte, die idealerweise voneinander abgetrennt sind oder abtrennbar sind und zusätzlich zu einer technischen Grundausstattung noch flexibles Mobilar bieten und Schallabsorber und so weiter. Idealerweise ist so ein Lab als dritter Ort durch alle Angehörigen der Hochschule nach Schulung freilich nutzbar. Welche Umsetzungsstufen verbinde ich jetzt im Moment damit? Zunächst einmal wäre die Idee, auf den Foren der TUD und der SLUB zu diskutieren, zum Beispiel auf dem Zukunftslabor und zu adressieren werden hier das erweiterte Rektorat der Universität, die Verwaltung und die SLUB. Das ist bereits erfolgt. Zum Zweiten sind mögliche Bedarfe zu eruieren und Synergieeffekte auszuleuchten zwischen den beteiligten Institutionen und der Berücksichtigung bereits existierender Labs. Das ist das Textlab, der Makerspace und das Open Science Lab, sodass man hier auch an Erfahrungen anknüpfen könnte. Ziel ist mittelfristig, die beiden Institutionen der SLUB und der TU Dresden an einem praktischen Beispiel sehr viel stärker zusammenzuführen und kooperieren zu lassen. Schlussendlich kommt auch die Weiterbildung und die Medien- und Hochschuldidaktik mit ins Spiel über das Zentrum für Interdisziplinäres Lehren und Lernen und das Zentrum für Weiterbildung der TU Dresden, um hier mögliche Synergieeffekte zu erzeugen. Dann ist ein Nutzungskonzept zu erarbeiten, und zwar durch die Universitätsleitung und die SLUB. Und mögliche Raumkonzepte sind zu eruieren. Hier bedarf es wiederum der Zusammenarbeit zwischen Universitätsleitung, Verwaltung und SLUB. Finanzierung und Ausstattung sind zu klären und ein Eröffnungshackathon, also ein Hackathon, wäre zu veranstalten, indem es darum geht, dass das hybride Lab das Prinzip Bring-Your-Own-Device trifft und man dann das ideale Setting baut mit den vorhandenen technischen Geräten, um zum Beispiel spezifische Veranstaltungsformate zu etablieren und durchzuführen. Und darauf freue ich mich schon sehr. Ich habe folgende Frage mitgebracht. Kennen Sie ein solches Format von anderen Hochschulen? Also so einen Bring-Your-Own-Device meets technische Grundausstattung Hackathon? Und wenn ja, welche Erfahrungen haben Sie damit? Welche positiven und negativen Effekte glauben Sie sind damit verbunden? Und das sind eigentlich die Fragen, die ich für heute mitgebracht habe. Und damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank.